Und darum ist Vitamin D3 so wichtig für uns. Wenn du regelmäßig Vitamin D3 zu dir nimmst, dann wirst du merken, da geht wahrlich die Post ab. Vitamin D3 wirkt gleich fünffach auf unseren Körper. Und in diesem Video habe ich noch eine kleine Challenge für dich, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob du dich das traust. Wenn du dich traust, dann wirst du merken, wow, da geht echt die Post ab. Aber vorher noch, Vitamin D3 erhöht unseren Vitamin D-Spiegel im Körper. Und die allermeisten von uns haben einen zu geringen, zu tiefen Vitamin D-Spiegel. Und damit wir einen hohen Vitamin D-Spiegel haben, könnte man sagen, man muss in die Sonne gehen. Aber wir sind ja alle angezogen. Die Sonne kommt ja nicht auf die Haut. Wir müssten jeden Tag mit nacktem Oberkörper circa eine halbe Stunde in der karibischen Sonne sitzen. Nachher hätten wir einen hohen Vitamin D-Spiegel. Aber nachdem ja die allermeisten von uns nicht in der Karibik sitzen, können wir Vitamin D3 zu uns nehmen. Und wenn wir das tun, das hat enorme Auswirkungen. Und zu Vitamin D3 gehört K2 und das Mineral Magnesium. Und jetzt die fünf Punkte, was in unserem Körper passiert, wenn wir Vitamin D3 aufnehmen. Punkt Nummer fünf fangen wir hinten an. Unsere Sehkraft, unser Augenlicht wird besser. Punkt geerdet. Es wirft uns nicht so schnell was aus der Bahn. Wir sind einfach entspannter. Punkt Nummer drei. Unser Haarwuchs hoffentlich nur am Kopf wird besser. Das heißt, unsere Haare wachsen besser. Punkt Nummer zwei. Wir sind fitter und vitaler. Das heißt, unser Körper arbeitet richtig. Unser System arbeitet richtig. Die Haut arbeitet besser. Es hat enorme Auswirkungen. Und jetzt Punkt Nummer eins. Vitamin D3 ist das Sonnen-Vitamin. Das heißt, die Sonne geht auf. Du hast ein sonniges Gemüt. Du bist gut drauf. Du bist lebensfroh. Du bist optimistisch. Du bist positiv gestimmt. Und das ist das, was die Sonne in uns bewirkt. Und das ist Vitamin D im Körper. Und wenn wir Vitamin D3 aufnehmen, dann verstärken wir genau das. Und jetzt freue ich mich, wenn du in diese Challenge gehst und einmal schaust, ob du dich das traust. Dein Immunsystem fährt sofort hoch. Und genau das wünsche ich dir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vierte Servus. Mach's gut.